Das ist der Damen-Kamera-Gurt von BlackRapid, der Kick-Air-Strap. Der ist extra für Frauen konzipiert, schlank geschnitten und den schauen wir uns jetzt mal hier in dem Videofilm an. Wir schauen uns also jetzt den Damen-Black-Rapid-Air-Strap an, den Kick-Air-Strap, der extra für Frauen konzipiert worden ist. Das heißt, der hat eine etwas schmalere Auflagefläche oben auf der Schulter und verläuft eben hier über das Brustbein, damit also hier auch kein Druck ausgeübt wird. Alle anderen Funktionen sind hier bei diesem Step natürlich so wie bei BlackRapid gewohnt, mit dem Konnektor und dem Karabineranschluss, dem Stoppern-System und so weiter. So, ich gehe jetzt mal eben hier aus dem Weg, weil ich natürlich hier alles schon vorbereitet habe. Meine liebe, nette Kollegin, die also hier mal diesen Gurt für mich mal eben trägt, weil ich dementsprechend halt eben nicht den Gurt tragen kann. Und man sieht, die Auflagefläche oben ist halt eben etwas schmaler und dann der Gurtverlauf über das Brustbein. Das ist eigentlich jetzt für uns Männer ein bisschen uninteressant, aber es ist halt eben für Frauen ganz wichtig, je nachdem, was Männer für eine Kamera dran hat, dann kann ich das halt mit dem Gurt auch schon mal ganz schön ziehen. Ja, danke. Du darfst jetzt wieder darüber gehen und weiterarbeiten. Ja, reicht. Was willst du nicht, dass ich dann... Ja, kannst du gerne machen. Du kannst auch jetzt hier nochmal eben... Ja, die Kamera läuft übrigens, ne? Ja. Gut. Also wie Sie sehen, hier die Funktionalität nochmal hier, meine liebe Kolleginnen, das mal eben jetzt, ne? Vielleicht fühlst du das doch gerade entdeckt. Okay. Hier noch einmal der Gurt, ein bisschen im Detail, also ganz normal, wie wir das halt eben kennen von dem Black Rapids-System auch. Sie können übrigens bei uns im Shop einfach nach Black Rapids suchen, da finden Sie dann auch die Version für die Männer, auch für die Männer mit Brüsten, äh, nein. Und wir haben also hier dann ganz normal den Connector dran mit der Gummiplatte, wo man das Ganze dann festdreht und hier dann auch den Karabinerhaken mit dem Sicherheitsring nochmal dazu, damit das Ganze halt eben nicht versehentlich irgendwie öffnen kann, wenn man die Kamera daran befestigt hat. Und dann natürlich auch die Stopper, die man sich kennt. Wir haben von Black Rapids also hier auch ganz viele Produktfilme auf der Website, die hier in diesem Produkt auch verlinkt sind, auf der Produktseite, wo Sie gerade sind. Da können Sie sich dann nochmal eben die ganzen Funktionen etwas detaillierter anschauen. Der Gurt hier selbst noch einmal mit der Schulterauflage, die also auch genauso gut gepolstert ist, wie Sie das von den anderen Black Rapids-Gurten halt kennen. Wir haben dann hier so eine leichte Abkerbung, die dann dazu führt, dass man diesen Gurt halt eben dann einfach durch das Brustbein, Brustbein dann einfach durchlaufen lassen kann. So, ja, das war es von uns aus hier. Und wie gesagt, hier habe ich in dem Film kurz vorgestellt den Damenkamera-Gurt, den Black Rapids Kick Airstrap, schlank geschnitten, extra für Frauen und für schlanke Männer.